Die Performance Plus Werkstattwagen zeichnen sich durch Robustheit, Langlebigkeit und ein modernes Design aus. Alle Performance Plus Werkstattwagen sind mit einem 100%igen Vollauszug ausgestattet, Kugel gelagert und jede Schublade ist belastbar zwischen 50 und 65 Kilo je nach Modell. Die Werkstattwagen sind mit einem in der Branche einzigartigen Verriegelungskonzept ausgestattet, dem Duolock. Ich habe einmal die Möglichkeit, alle Schubladen zeitgleich zu öffnen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mittels des Schlüssels die Position zu verdrehen, um dann gegen ungewolltes Öffnen aller weiteren Schubladen zu sperren. Die Werkstattwagen sind mit einem zweistufigen Verriegelungskonzept ausgestattet. Einmal ein leichter Widerstand, der verhindert, dass die Schubladen sich beim Umherfahren in der Werkstatt öffnen. Und die zweite Stufe ein zentrales Schließsystem, das alle Schubladen verriegelt. Je nach persönlichen Platzbedarf bietet die Serie Schubladen von ganz klein bis ganz groß. Die großen Schubladen sind mit doppelten Laufschienen ausgestattet für maximale Performance. Je nach Modell sind die Werkstattwagen mit einer robusten und super einfach zu reinigenden Edelstahlarbeitsfläche ausgestattet. Die Werkstattwagen sind mit Eurolochung ausgestattet und werden ab Werk bereits mit Papierrollenhalter und Dosenhalter geliefert. Selbstverständlich sind die Werkstattwagen auch mit stabilen Rollen ausgestattet. Antistatisch und mit Bremse, die den Wagen gegen Wegrollen sichern und auch die Rolle gegen Verdrehen sichern. All unsere Performance Plus Werkstattwagen haben eine Seriennummer. Nach abgeschlossener Registrierung haben sie fünf Jahre Garantie. Die Werkstattwagen werden bereits vormontiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit.